Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. An dem Trike dran. Da war doch meine Wenigkeit. Und er feuert schon. Das habe ich jetzt hier nicht richtig... Oh, es kommt sie! Warum? Oh, es chillt schon wieder. Warte doch mal kurz. Schon wieder angemacht? Oh, es klemmt. Ja, es klemmt. Also Vorsicht, dass es sich nicht komplett umdreht. Wäre gut, Mama. Jetzt ist es scheiße. Es haut schon ab, oder was? Ist aber nicht hier ein Wald so tief, ist aber auch nicht gut. Alter! Bleib doch mal jetzt hier! Meine Pfeile sind alle. Ich habe jetzt nicht so... Oh, Gott sei Dank. Das war mein letzter. Ne, einen habe ich noch. Hast du gut ausgemessen. Oh, Alter. Hast du gut ausgemessen. Oh, das wäre ja ärgerlich gewesen. Da ist auch noch ein Weibchen. Sehr schön. Da muss man schon mal... Ein paar auf Reserve haben muss man. Ja, haben wir jetzt eigentlich doppelt so viel gebraucht, ne, wie gegeben war. Ja, irgendwie schon. So 22 Minuten, sagt er. Das ist ja ziemlich angenehm. Jetzt habe ich auch ein bisschen Angst. Naja, ein bisschen länger wird es dauern, ne, weil das ja... Meine Berechnung da steht auf 6, 5... Achso, ja. Das ist auf 25... 20, 27... Oh, was ist hier? Ups, ein Dillo. Da bin ich schon dran umgenagt. Ehrlich? Ich glaube schon. Ja. Naja, zum Bärenholen. Naja. Passte schon noch. Hat jetzt auch nicht so viel verloren, glaube ich. Ist immer noch 94,5. Respektivität, das geht schon noch. Hier ist ja gleich noch was kommt. Werd ich mal ein bisschen... U4-Richter. So. Ich würde gerne mal schnell ein paar Pfeile hier. Dein normale Pfeil hast du auch nicht mehr? Ne. Aber jetzt wieder. Holz brauchst du dafür aber nicht, ne? Ne. Stroh und... Fasern und Feuerstein. Oh, Fasern. Wissen zusammen klopfen? Wow. Quasi mit dem vorletzten Pfeil. Ey. Okay. Normalerweise geht sowas doch immer in die Hose. Wo war der? Ja. Man, es war aber jetzt nett von dem Trike eigentlich schon uns nicht so lange anzugreifen, sondern nach den ersten und zweiten Schüssen schon wegzulaufen. Naja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Naja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber okay. Neh mich erstmal so mit. Mädchen. Ja. 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 Mal erstaunlich ruhig hier, ne? Also bis auf den einen scheiß Deal, oder? Oder? und diese eine schildkröte da hinten jetzt eigentlich gedacht dass hier ein bisschen mehr uns zukommt ich meckern 15% ein bisschen den wald roden mal ein level vergeben die augen offen halten schon wieder eine dealung ich will jetzt nicht unnötig hier irgendwelche viecher anlocken jetzt so weit durch die gegende renne ein Was ist das? Ich kann nochmal schnell ein bisschen Fleisch vergamellen lassen. Damit wir nochmal ein paar Narcos machen können. Unten am Strand habe ich so einen kleinen Bronto gesehen. Den können wir als nächstes machen. Genau. Der sammelt auch Bären. Der sammelt auch Bären. Der sammelt auch Bären. So, was können wir denn hier craften? Und ein paar Wände hier hinzaubern. Wie hattest du deine Schuhe und Handschuhe eigentlich aus dem Dings da ausgenommen? Die hatte ich da reingelegt. Jo, die habe ich mitgenommen. Wo der Dillo hier gleich runtergeschlichen kommt. Aber ich sehe ja nichts. Hat sich weggemacht. Hast du noch genug zu trinken? Ja, ich war eben gerade schon mal beim Strand. Achso, gut. Dann will ich auch mal kurz... Wenn wir mal da eine Marco Bären geben. Ja. Dann bringe ich die schon mal... Richtung Heimat. ... ... ... ... ... ... ... Da kann ich schon mal gucken, was wir für einen Sattel so brauchen. Ja. Wahrscheinlich auch nicht gerade hinterher geschmissen, brauchen wir bestimmt noch ein bisschen Leder. 80 Fasern, 25 Holz, 140 Leder. Also hier in der Base haben wir 60 Leder. Ich hab noch 9. Dann haben wir ja 69. Aber gelernt hast du jetzt noch nicht, ne? Nein. 13 oder so. 4, 15. Dann lerne ich den mal. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Leder. Ja. 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 U theme. Ja. 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 Mal gucken, ob wir da schnell noch mal was auftreiben können. Da setze ich noch mehr die paar Wände. Ah, okay. Gut, ich warte auch noch ein bisschen was an der Werkbank. 32 brauchen wir noch. Oh, geschmiert. Ja, das ist da nicht so gut, wenn man da abgeht, ne? Man ist ein bisschen Weg vor sich. Da haben wir Moschraubs am Wickel hier. Oh, scheiße. Oh, Piranians. Ich glaube, ich gehe mal sterben jetzt. Boah, passen die zu, ey. Ist ja ekelig. Ja. Rab, 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 rab. Ist auch noch eiskalt. Aber jetzt geht's, wenn ich nicht mehr im Wasser bin, geht's. So, dann ist er fast in die Hose gegangen. Was habe ich denn noch? Naja. Ich kann wieder 62 leben. Was für den hast du denn jetzt so? Äh, 120. So, den Sattel, den kann ich jetzt schon mal machen. Bring ich den gleich mit. Ja, das ist ja super. Ist ja auch ein weißer Beacon runtergekommen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist Leder drin, aber ne. Ein 1x1 Strohgebäude ist da komplett drin. Ja. Foundation, Dach, drei Wendungen, eine Tür. Achso. Bauen wir jetzt nicht so dringend. So, Sattel. Den kann ich komischerweise. Nicht in der... S-Plus. Bauen. Ja, so manche Sachen gehen da nicht drin, ne. Also geht ja nicht alles. Und rein theoretisch weiß man ja nur herzuziehen. Naja. Wie lange braucht er noch? Elfter hat er da mit Sicherheit schon, ne? Jaja, 10 Minuten circa noch. Okay. Bad waren es noch 22 Grad. Jetzt sind es 32 Grad. Ist auch schon wieder warm. Immer richtig ganz schön gefroren. Was ich da im Wasser rumgeplanscht bin. Wollen wir mal wieder gucken, dass man mal irgendwo einen Otter findet. Ja, hier macht er wieder Sinn. Wollte sich wahrscheinlich auch machen lassen. Also muss ich erst mal gucken hier. Ich will ihn auch noch irgendwo wieder finden in dem Wald. Ja. Tue ich. Wenn ich schrufe mir den Sattel schon mal rein. Hm. Mhm. 116er Paarer, Sau. Dafür haben wir jetzt keine Ressourcen. Nee. Mit dem kannst du ja eh nicht so viel anfangen. Na, vielleicht Eier. Na, ist ein Weibchen. Na ja. Gut, unser... ...Bikey-Jweig. Zähmt jetzt erstmal in Ruhe fertig. Oh, ein paar Dodos wären vielleicht auch nicht schlecht für Eier. Ja, das stimmt, die brauchen wir auch. Vielleicht mal, wenn du ausnahmsweise mal... ...einen nicht tötest, dann... ...können wir den ja mal zähmen. Was, Dodos? Du bist der Dodokiller hier. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon Dodo weggemacht habe. Ja, ich hab schon bestimmt zwei Dutzend auf dem Gewissen. Wo ist der weißer Dodojäger? Gut, er zähmt erstmal in Ruhe fertig. Wir... ...sehen uns wieder, wenn... ...der Gutze hier ausgeschlafen hat. Dann sage ich... ...vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und ciao. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Oh!